Hi Freunde und herzlich willkommen hier war Cigabing, Fluch wieder am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content des Startups, das heißt wir haben heute die Top-Party in SPC am Start. Ja, das ist aber dann leider die einzige Squad-Banning-Challenge am heutigen Tag, Freunde. Ich weiß nicht, was EA vorhat mit EAFC24 und vor allen Dingen SPC-Content. Bis jetzt ist es wirklich sehr, sehr low. Deshalb heute auch Thema Road-to-the-Knockout-Team Nummer 2. Da haben wir welchen Leuten-Low-Low-Low-Screen. Wir haben außerdem die Leaks draußen und genau das werden wir auch heute hier in diesem Video besprechen. Bevor wir rein starten in das ganze Video, kurz zu erinnern an euch, ihr könnt kurz, liebe Da-Lasten, zerstört ordentlich ein Like, man freut euch, wenn ihr es feiert, dass ich täglich für euch am Start bin. 500 Likes auch heute wieder das Like zählen. Falls ihr neu sind solltet, überlegt gerne auch kostenlos die Glocke zu aktivieren auf dem Weg zu 60.000 Abonnenten, um nichts mehr täglich zu verpassen. Daily Content für euch hier am Start und lasst mich an eurer Meinung zum Nontent. Heute mal wieder in EAFC gerne wissen und natürlich gleich natürlich auch zu den Leaks. Wir werden alles bequatschen, Freunde. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Damit let's go und rein da. Ja, und damit fangen wir erstmal bei den Top-Partien in der SPC an, Freunde. Ihr wisst, eine Woche ist das Ganze da, der Gruppenreward, seltenes gibt es Spruchfeedback. Alle Packs sind tradable, das ist das Gute. Die Frage ist halt hier nur wieder im Raum, wie jede Woche donnerstags. Jetzt noch öffnet es Road-to-the-Knockout-Team 1 oder eben warten, und da bin ich in der Gruppe auf jeden Fall drin, warten bis Road-to-the-Knockout-Team Nummer 2. Ja, warten bis 19 Uhr am Freitag. Ich zeige euch gleich Road-to-the-Knockout-Team 2 und ich glaube, dann werdet ihr auf jeden Fall diese Packs auch eher nach morgen 19 Uhr öffnen. Morgen ja wieder das XSL-Freitag-Video mit XSL-Pack-Opening. Ich habe auch schon ein paar Packs ready gemacht. Gehen wir kurz auf die Top-Partien ein. Da haben wir Stadl Hüttich gegen Club Brügge. Wir haben Rens gegen Monaco, dann haben wir Juve gegen Turin und wir haben Arsel gegen Manchester City. Wieder ganz ganz riesig, 75er-Grader-Squad hier. Wir haben hier mindestens 3 Gold, mindestens Silber die Profi-Qualität, auch hier mindestens Silber und hier haben wir sogar mindestens Bronze als Profi-Qualität am Start. Also alle 4 SBCs wieder easy zu holen. Prime-Elektro-Profis-Pack, gemischtes Profi-Pack, dann haben wir hier ein Premium-Gemisch-Profi-Pack und ein Prime-Elektro-Spieler-Pack am Start als 4 SBC-Packs quasi hier. Und der Gruppenwort, wie gesagt, das seltene gemischte Profi-Pack. Ja, das ist der einzige SBC-Content, wie gesagt, für heute. Deshalb werden wir gleich auf den Loading-Screen auch noch weiter an. Vorher möchte ich kurz mit euch in die Ziele einmal springen. Und ja, da haben wir auch leider wieder gar nichts am Start. Wir gehen aber kurz durch. Wirklich nichts verpasst. Meilstein natürlich auch jetzt grundsätzlich nichts Neues. Ja, äh, klar. Also es ist so ein bisschen Low-Content und das zieht sich ja jetzt wirklich die letzten Tage durch. Wie gesagt, ich kann nichts dafür, dass die Editing-Content aktuell so ein bisschen Low-Held. Ich weiß auch nicht wirklich den Grund dafür. Lasst uns gerne gemeinsam im Kommentarbereich darüber diskutieren, darüber quatschen. Ich bin gespannt auf eure Meinung auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz rein. Pro-Packs sind natürlich dann wieder am Start. Ihr seht, 285er, 175.000 Münzen. Nanoset hier für 10.000 Münzen. Kann sich nicht ausdenken, wirklich. Das kann man sich nicht ausdenken. Preview-Pack machen wir nachher auf. Aber ich zeige euch am besten direkt mal. Und zwar den Loading-Screen. Den neuen Loading-Screen, der am Start ist. Und man muss es leider wieder sagen, wenn man den Leaks traut. Und sie lagen ja bis jetzt auch immer zu 99% richtig. Eigentlich zu 100% muss man ganz klar so sagen. Der Loading-Screen scheint falsch zu sein. Also die Manchester-Frankreich-Karte der Frauen-UCL scheint eine komplett andere Karte zu sein. Denn Manchester und Frankreich, das passt nicht so wirklich. Und was wir auch noch suchen, ist den ZDM von AZ Alkmaar, der Holländer ist. Dazu gleich mehr, wer das sein könnte. Und ja, dann haben wir als rechten Flügel, das ist tatsächlich Dembélé, der wahrscheinlich auch schon drin ist. Dembélé als UCL-Karte. Und dann haben wir noch der brasilianische von Brighton als Stürmerkarte. am Start. Das also der neue Loading-Screen. Wer das jetzt genau sein kann und auch sein wird, das zeige ich euch gleich. Vorher will ich kurz euch Folgendes zeigen. Und zwar neue, andere Informationen. Zwar wird bald ein Team of the Week 1-3-Pack kommen. Edit to come soon. Heißt es hier. Also das wurde geändert und wird bald kommen. Team of the Week 1-3-Set. Können wir uns also da schon mal drauf freuen. Geben wir ein Step frei da und das sind die POTMs. Da würde ich auch mal gerne eure Meinung zu wissen. POTM der Eredivise auf der linken Seite mit Jimenez und La Liga POTM. Ich kann es kaum glauben, ist tatsächlich Kubo geworden. Bellingham. Wo war Bellingham, Freunde? Der hat Golf gespielt oder was ist da los? Keine Ahnung, was da wieder los ist. Aber Jimenez und Kubo tatsächlich. La Liga POTM und Eredivise POTM. Auch die werden die nächste Zeit kommen. Können wir uns schon mal drauf einstellen. Ja, grundsätzlich. Klar, sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber gerade in der Liga POTM kann ich jetzt nicht hundertprozentig verstehen. Aber gut. So what? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Nächster Punkt und das ist eben Road to the Knockout Team Nummer zwei. Ja, Freunde. Wir fangen mal vorne an. Also Lewandowski wird im Road to the Knockout Team Nummer zwei sein. Wir haben Dembélé. Wir haben einen Modric. Wir haben Pepa am Start. Dann aber Acuja. Wir haben Di Maria. Also alleine schon hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Big. Big Karten, Freunde. Also jetzt kurz vorweg, bevor ich hier weitermache. Die Ratings und die offiziellen Stats, also die da drunter stehen mit Pace, Schuss, Passen und so weiter und so fort. Die sind nicht confirmed. Ja, die sind nicht hundertprozentig confirmed. Was aber hundertprozentig safe ist, das sind definitiv hier die Namen. Heißt also die Spieler. Also Lewandowski ist safe. Dembélé ist safe. Modric, Pepa, Acuja, Di Maria. Dann haben wir Damian von Interweiland. Wir haben Pedro und außerdem eine Dest. Achtung, Freunde. Jetzt passt auf. Und jetzt die Euroleague. Matic. Wir haben Bergwin am Start. Wir haben Aua. Sehr, sehr nice. Aua, Freunde. Er ist zurück. Er ist zurück. Klaus auch. Er ist zurück. Bergwin auch. Mega nice in FIFA. Matic. Ich hoffe, er kriegt mehr Pace. Dann aber Giao Petro. Das ist der, der im Loading Screen noch ist. Ja, Giao Petro. Hecto Benerin ist am Start. Hincappier von Leverkusen. Und dann haben wir Sissoko. Weiter geht's dann in der Conference League mit Götze. Mega nice. Auch er wieder mit einer Karte am Start. Diego Carlos dann als weiterer Basile in der Premier League. Außerdem dann David. Klassi. Haben wir hier im ZDM von AZ. Ja. Und da, das ist das kurz, was hier am Start ist. Das ist richtig, ja. Das hatte ich irgendwie, glaube ich, gerade falsch gesagt. Was komisch ist, ist das hier. Diese Frauen. Äh, diese Frauengeschichte. Also, das Klassi ist right. Das könnte er sein. Ist richtig, ja. Also, Giao Petro. Dembele im Loading Screen und Klassi. So, aber jetzt. Amati ist noch am Start. Und dann haben wir hier Batscher von Lyon. Malar von Lyon. Und, äh, Kutbert. ZM 85er von Chelsea. So. Und im Loading Screen, so scheint es zumindest, linker Flügel, 82er Schuss, 88er Dribbling, scheint diese Malar zu sein. Der, das Problem ist, sie spielt nicht bei Manchester United. Ja. Die spielt nicht bei Manchester United. Und, äh, genau. Jordi Klassi haben wir eben schon aufgedeckt. Das Problem ist, Manchester United. Wir können das gerade mal uns anschauen. Äh, was so ein bisschen weird ist. Waran, lass uns hier mal gerade Manchester United nehmen. So, da sind ja auch die Frauen drin. Leon, Ivana Fuso und so weiter und so fort. Und wenn wir wieder auf die Nations gehen und uns, äh, die Franzosen angucken, da ist Martial und da ist ein Waran. Ähm, linker Flügel? Nee. So. Ja. Und, und das ist so für mich schon mal direkt das Problem. Malar, ja, um das kurz, äh, zu korrigieren. Ups. Malar. So. Da ist sie. Also, Malar ist tatsächlich am Start. Und die wird es wahrscheinlich dann auch de facto sein. Ja. Also, da ist der Loading Screen mal wieder komplett gefailt. Äh, ein bisschen weird. Und, äh, genau. Ja, bei der ZDM-Karte hatte ich kurz selber ein Dreher drin. Weil da wäre natürlich die Irritation gewesen, wenn das UEV Europa League gewesen wäre. Da hätten wir Bergwin am Star und da dachte ich kurz, wäre Sissoko gewesen. Aber der ist auch linker Flügel. Nein. Classy. So. Deshalb da alles auf jeden Fall richtig. Bis auf einen Fehler am Start. Ja, jetzt haben wir das ganze Team hier am Start, Freunde. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es sieht top aus. Also, jetzt mal, das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere jetzt hier, auch wieder einer wie bei Rainer zum Beispiel in den Zielen oder so zum Beispiel ist, ja, die wir jetzt hier gerade sehen, dass nicht alle Impacts ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es sind nicht morgen alle davon direkt Impacts. Es wird wahrscheinlich wieder Samstag oder Sonntag auch wieder Mini-Release natürlich da sein. Road to the Knockout Mini-Release. Also da bleibt es mal abzuwarten, wer dann da als Mini-Release kommt. Diesmal drei Frauen am Start. Also nicht nur eine, wie es im Road to the Knockout Team Nummer 1 gewesen ist. Finde ich gut. Und was ich grundsätzlich gut finde, es sind viele. Ja, es sind schön viele. Die können sich dann weiter upgraden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und dann haben wir noch als weiteren Punkt und zwar hier neu und gerade frisch von EA Sports FC gepostet. Und zwar diese Pepsi-Kooperation quasi, die sie da am Start haben. Da heißt es dann Unlock Exclusive In-Game Rewards. Achtung, hier heißt es aber ganz, ganz wichtig und zwar nur teilnehmende Länder sind da am Start und dann eben allgemein Geschätzbedingungen. Da können wir mal draufklicken auf den Link und da kommen wir halt eben dazu, dass eben kein Deutschland mit dabei ist. Ja, wir haben Belgien, wir haben Frankreich, wir haben Niederlande, wir haben Norway, United Kingdom. Ja, und die Sprache French oder Dutch können wir auswählen. Also die Location Deutschland ist hier tatsächlich nicht mit inbegriffen. Deshalb ist das tatsächlich für uns uninteressant. Auch interessant auf jeden Fall, dass EA sich dafür entschieden hat. Sehr, sehr wierde Geschichte. Ja, und wie gesagt, wierde Geschichte, dass der Loading Screen so ein bisschen verfailed ist, bisschen weird ist. Aber gut, was sollen wir machen? Wo ich mich extrem darauf freue, ist natürlich definitiv ein Dembélé. Ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Der ist auch hier direkt schon vorne mit dabei. Also Dembélé wird natürlich absolut wild. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum diese Karte, die ist immer noch bei über 200k, musst du mich reinziehen. Klar, der hat 5-5-5-5-5, aber Schuss und Passend sieht nicht gut aus. Klar, er hat Tempo, ja, verstehe ich nicht falsch. Aber 200k für so eine Karte ist schon sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass, wie ich finde. Und wenn der wirklich eine 89er-Gerate-Karte kriegt und dann weitere Upgrades folgen können, boah, das wäre auf jeden Fall krass. Gut, jetzt haben sie gestern gegen Newcastle verloren. Das zählt übrigens dann nicht mit rein, ja. Also das zählt dann wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo die rauskommen. Die OCL-Games zählen dann rein in die jeweiligen Upgrades. Aber dazu dann auf jeden Fall morgen dann mehr. Last Weekend Game Online mal zu wissen, zu jetzt den offiziellen Leaks, zu dem Team an sich. Stats are predicted, steht da ganz, ganz klipp und klar. Und ich bin gespannt. Also es sind auf jeden Fall ein paar Kunde mit dabei. Acuna, die Allrounder-Maschine, die Maria, könnte wieder nice werden. Pedro ist immer nice. Bergwin, wie gesagt, Aua, Klaus ist nice. Ciao, Pedro. Gucken wir uns auf jeden Fall auch mal an. Ja, und dann ist klar, Götze, cool einfach, dass er wieder eine Karte am Start hat. Und den Rest schauen wir uns dann auf jeden Fall on detail natürlich an. Last but not least, würde ich sagen, für das heutige Video. Wie gesagt, es ist leider nicht viel los. Es tut mir leid, aber ich kann ja nichts für den Content. Also wie gesagt, lasst trotzdem gerne Liebe da, dass ich täglich für euch am Start bin. Egal, was kommt, egal, was da ist. Ich bin auf jeden Fall täglich für euch hier. Setze mich um 19 Uhr hin und mache das Video. Und wir haben jetzt hier, wie ist da mit M irgendwas, ne? Muriki, ja. Muriki, 55 Tempo, perfekt. Und warum ist da schwarz? Haben wir gerade in Form gezogen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist das immer schwarz gewesen? Okay. Interesting. Interesting. Dante, Marksman, Wall, das bringt alles gar nichts. Das bringt alles gar nichts. Also Freunde, ihr seht, 8 Packs habe ich schon ready gemacht. Ich werde unter anderem für morgen noch hier dieses 100K-Set holen, 400 Torvorlagen noch voll machen und weitere Packs in den Zielen auf jeden Fall holen. Und dann werden wir natürlich auch die Topper-Team-Packs morgen holen. Und dann ein schönes, wunderbares XSL-Video für Road to the Knockout-Team Nummer 2. Ja, lasst mich gerne auch immer noch wissen zu Road to the Knockout-Team Nummer 2 und natürlich zu der Flaute von EA. Was ist da los? Content-mäßig kommt da wirklich die letzten Tage so gar nichts raus. Sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, was sie vorhaben damit. Ich meine, so lange ist jetzt, ja, EA FC auch noch nicht draußen, aber trotzdem. Irgendwie ein bisschen irritierend, oder? Lasst mich gerne auch immer noch wissen, wann ihr auch ein Wurmer kommt. Schaut gerne hier in das Video von gestern rein. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Viel Spaß dabei. Und in dem Sinne, bis morgen. Euer Flo von Atschigay. Ciao, Leute.